Die war leise aus, dann kann ich von oben alles ausspäten. So. Der Hund weiß, Tardler! Wienig hießen Hund! Der Turm ist geräumt. Wie können die sie jetzt allerbesten verkiften? Der Gartenpfad. Schwach verteidigt, gute Deckung. Ein Strohhut. Ryoso, natürlich ist er hier. Sie halten ein Festmahl. Ich vergifte die fermentierte Milch des Khans. Seine Armee trinkt den Ayrak und ich töte die Überlebenden. Befestigte Anlagen, Sprengstoff. Mein Onkel führt uns in ein Massaker. Jetzt zu ihrem Festmahl. Die Getränke vergiften. Ich bin mit dem spänt, Marvin. Ich habe schmerz und in der Karte Geld machen. Dort lagern sie ihre Milch, jetzt das Gift hinzugeben. Jetzt abwarten. Wenn ich Bostad zu geh! Bostad! Was?